Willkommen Freunde zum achten Teil von Godfall. Was für ein geiles Game, macht richtig Spaß. Wir müssen jetzt hier nochmal ein Gespräch führen. Okay, dann sprechen wir hier mit unserem siebten Sanktum nochmal. I'm on my journey. Same as you. It's the Earth Ethereum you took from Zamora. That's what is making you ill. Because you're not a Valorian. Perhaps. But that Elemental Ethereum is the key. Without it, nothing else matters. So let's continue. Lunara's shelter no longer has the protection of Makros's magical barrier. But it is still locked. Okay, wir sollen das Wassersiegel von Lunara öffnen. Okay. Das kann ja was werden. Es fehlt mir aber noch. Warte mal. Nutze Wassersiegel, um Lunara zu stellen. Erzsiegel 9 von 10, Wassersiegel 1 von 10. Okay, gehen wir hier erstmal rein. So, Beku. Ei, ei, ei. Ein Drachen ähnliches Krokodil oder so. Oder ein Krokodil was aus wie ein Drachen, wie man es auch nennen möchte. Heftig. So, bezwinge so Beku. Machen wir das nochmal. Ich denke mal, das wird wieder nicht einfach werden. Ah, der Hammer tut schon sein Übriges hier. Ja, keine Energie verloren. Das fand ich ganz nice, muss ich sagen. Der Hammer ist irgendwie ein bisschen langsam. Aber trotzdem gut. Also... Ja... Ich war ja sonst immer so ein Schwertfan, aber... Dem wir ja mit der rechten Maus, dass wir die Seelen auch rauben mussten. War das schon ganz gut. Das war auch ein Hammerarm. Damit geht das wirklich ganz gut. Ein bisschen Energie verloren. War auch nicht viel. Ach, lecker Krabbenfrühstück. Will noch wer? Ist Ruhe? Okay. Oh Gott, was haben die denn? Das Ding sieht aus wie dieser Clip von der Dose, wenn man den aufmacht. Das war sein Schwert. Ja, komisch aus. Okay, Energie ist wieder voll. Das ist gut. Wir mussten uns auch noch nicht nachladen. Also, ist immer prima. Ich muss noch mal ein Schild spüren hier. Nur mal kurz ein Prozess. Das ist auch ein geiles Gefühl, wenn man sich umdreht. So, zack. Ja, wo bist du? Ja, keiner da. Alle schon verkrümelt. Weil da war ja noch einer. Ich habe ja nicht beide auf einmal platt gemacht. Oh, hier liegt noch was rum. Das nehmen wir natürlich mit. Da liegt noch mehr rum. Das nehmen wir auch mit. Und das auch. Man soll beim Farmen nichts überlassen. Wobei wir waren jetzt schon ein bisschen großzügiger in manchen Situationen. Oh, hier wohnt sogar oben. Oha. So. Gucken. Er wird ein bisschen extremer sein, der Kollege. So, Beko. Hier können wir uns wieder aufladen. Das ist erstmal am wichtigsten. Weil ich gerade festgestellt habe, Schild werfen brauche ich nicht. Das hat es denn gar nicht. Ja, bloß ein bisschen aufpassen. Ah, wieder eine Gesundheitskugel fallen lassen. Das ist sehr gut. Ja, das Gute ist, der hat nicht so die Orientierung, habe ich das Gefühl. Okay. Wir sind schon ein Besseres gewöhnt. Okay. Komm, wir machen mal platt. Zwei Schläge. Jetzt bloß nicht aufgeben und schwach werden. So, das war's. So, Beko ist nicht mehr. Sehr gut. So schnell ging das. Mission abschließen, ja. Können wir das freischalten? Nee. Fehlt immer noch ein Siegel. Gucken, was wir hier haben. Tja, so Beko. Da hast du dich wohl mit dem Falschen angelegt. Geht zur Rast des Levitans. Krass, wenn man sich mal überlegt, wie viele Meter das sind. Hm. Naja, okay, 900 Meter in echt sind die auch nicht so weit. Stufe 18, sehr gut. Ja, eigentlich Fertigkeitspunkte. Oh, einen Fertigkeitspunkt haben wir. Jawohl. Hier können wir auch runter. Ja. Ja, komm schon. Jawohl. Das macht Spaß. Solange man gewinnt. Wenn man verliert, natürlich nicht. Kräftemäßig sind wir hier vielen überlegen. Ja. Das mit F ist ganz geil gemacht, dass man die Feuer erledigen kann. Bevor sie, äh, wieder erwachen. Eine Art Ohrmacht haben. Das spart viel Zeit. Ist ein geiler Move. Und es gibt... Also ich finde, wenn man dann hinterher noch extra Energie bekommt, ist das natürlich sehr nice. Zum Beispiel jetzt hier. Das spart Zeit. Mit dem wird man natürlich so fertig. Mal, da liegt noch was rum. Das würde ich nicht unbedingt liegen lassen. Da haben wir doch einen Blick für. Jetzt geht's nach oben. Wir sind angekommen. So, geht nur weiter. Ja, die brauchen so zwei, drei Schläge. Okay, vielleicht doch jetzt mittlerweile vier, fünf. Sehr gut. Ist immer gut, wenn die Energie rausschmeißen und unsere Energie sich dadurch auflädt. Oh. Oh, neuer Fertigkeitspunkt. Ist hier gar nichts. Von meiner Qualität bin ich dann so geblendet. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da draufgehe. Ich hätte hier als Spächer eingestellt. Äh, eingeschätzt. Das ist ein Standardgegner. Okay, dann wollen wir den Punkt nochmal vergeben. Fertigkeiten. Stufe 2. Könnte man theoretisch auch vergeben. Geht das? Ja. Sehr schön. Und bis jetzt alles auf Stufe 1. Muss ja auch nicht sein. Ist auch ganz geil gemacht, ey, mit dem Reisen hier. Aber das gibt es übrigens auch bei Vampire. Ich will, dass die immer damit vergleichen. Aber so manche Optionen, da denke ich mir schon. Mensch, da haben die ja auch. Die waren das Fans vom Vampire. Ja. 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 nicht schlecht ich habe so das gefühl die legen sich die ganze zeit mit dem falschen an jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen die ganze zeit mit den monstern hier umschlagen muss na das ging doch ganz gut bezwinge den ersten asyl anführer gott was sind das für namen ich kann die mal gar nicht aussprechen mit euch will ich mich gar nicht schlagen mich hier mit ihm erschlagen alter falter mich deren ernst sein seh nix sehr gut bezwinge den nächsten abysianer anführer das sind aber böse burschen sage ich euch und You are walking through old ruins. Ich kann nicht gucken, wie ich platt war. Alter, was macht der denn da? Komm her. Ja, ist ja gut. Sagen, an dir wollte ich nicht gerade scheitern. Die machen wir auch noch mal platt hier. Sehr gut. Jawohl. Okay, den letzten Anführer. Jawohl. Jetzt ein, vor die Mütze. Sehr gut. Mit manchen muss man sich ja nicht unbedingt schlagen. Also nicht, wenn die jetzt kurz vorm Ziel sind. Ah, hier. Ich sehe nix. Ah, sehr gut. Ja, er wehrt sie natürlich noch. Ja, ja, am liebsten der Nachfolger werden möchte. Hat sich jetzt aber erledigt. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall den letzten Anführer auch noch gekillt. Ja, wird. Ja, wird. Jawohl. Und der nächste. Der nächste Sauplatt. Jetzt hoch die Treppe. Ja. Oh, das knuspert aber schön. Können wir da ran an den Schatz oder macht sich da noch wer anders breit? Ja. 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 Guter Sieg. Noch eine Truhe. Da müssen wir wahrscheinlich noch mehr Behältergefäße kaputt machen. Zwei haben wir schon kaputt gemacht. So ein drittes Gefäß irgendwo sein. Das hier in der Ecke war kaputt. Das da hatten wir auch kaputt gemacht. Ist hier noch eins? Ach, da oben ist noch eins. So, sehr gut. Das müsste die Truhe unten aufsahen. Ja, perfekt. Das hat sich doch gelohnt. Super. Warte, da hinten ist ein Wasserfall. Ah, hier geht's hoch. Das nehmen wir auch nochmal mit hier. Aha. Guck mal, wahrscheinlich erst rein, wenn wir die hier alle besiegt haben. Warte, da ist wieder so ein Kopf. Warte, da hinten ist noch ein Kopf. Das ist eine Fähigkeit. Warte, das ist vielleicht ein Kopf. Das ist schon mal, dass wir uns nicht mehr auf den Weg geben. Ja, die rechte Maustaste hat auch was Gutes. Was wollte der Kopf sicher als nächstes? Okay, da hätte er sich auch Stärke raussuchen können. Okay, da hätte er sich nicht so gut, aber nicht so gut, aber nicht so gut, aber nicht so gut, aber nicht so gut. Nächster Stufenaufstieg, wie geil ist das denn? Wenn es mit kreiselnden Bewegungen nicht geht, dann muss man es halt so versuchen, so sind ja noch drei offen. Sehr gut, die Fratze ist auch verschwunden. Sollte Stufenaufstieg prima da komme ich gar nicht ran Ein bisschen mehr Energie möchte ich aber noch haben. Die machen wir jetzt hier nochmal platt. Dann beenden wir den Devil. Sollte Stufenaufstieg Na, ich sehe nicht immer viel, wenn es so weiß ist, aber ich weiß so ungefähr, wo sie sind. Soviel habe ich jetzt auch schon mitbekommen. Ja, kommt. Zwei Stege oder so. Ja. Clemens Energie, den machen wir auch noch platt. Obwohl wir das gar nicht bräuchten, weil die Mission ist ja abgeschlossen. Und den Bonus wollen wir nicht machen. Den machen wir irgendwann mal, wenn wir das Game durch haben. So, da fehlen uns so sieben von zehn, neun von zehn. Da mal rein, ob wir da auch schon waren. Oha. Zwei davon. Mann, Mann, Mann. Falschus Diaz. Das, äh, Diaz. Das, äh, Diaz. Das, äh, Diaz. Oder wie auch immer. Das hört sich, äh, an wie, hätte Falke Diaz oder so. Hätte auch Star Wars sein können. Zwei Stück sind das. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Ein bisschen leer fallen. Auf die Mütze. Ja. 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 geladen kannst du da gleich weitergehen meine größte sorge dass mit der energie nicht klappt auch niedlich krabbensuppe aber da liegt noch was rum was wir wieder einsammeln das spiel Jetzt überlege, wie ich die platt mache, kann auch nur leid tun. Wirklich gar keine Chance. Okay, er hat jetzt mal geschafft, einen Schlag anzusetzen. Oh, dann müssen wir mal aufpassen hier. Ich wollte sagen, er war aber mutig hier. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, die muss man nacheinander platten. Ne, beide zusammen. Oh. Bevor wir da hingehen, gucken wir nochmal, ob wir das zerstören können, dass ich hier nochmal ein bisschen Energie bekomme. Ja. Dass ich meine Energie wenigstens auflade. Ja. 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 Oh, die droppen paar Energiekugeln. Sehr gut. Ja, die sind schon wieder abgehaun. Ja. 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 Musst du wirklich schon was auf dem Kasten haben? Aber wir sind nicht gestorben, Alter. Wir hauen hier trotzdem ab. Ich möchte mit denen alleine kämpfen und meine Energie dafür aufheben. Oh, wir haben abgeschlossen. Sehr gut. Oh, das ist ja hier nicht gedacht. Das ging ja auch fix. Okay, die Bonis wollen wir wieder nicht. Wir schließen Mission ab. Ja, das war doch sehr erfolgreich. Neun von zehn. Also ein Erzsiegel fehlt noch. Wassersiegel ist da. Reiche erkunden. Turm der Prüfung. Tracks-Jagd. Aber ich glaube, den haben wir da schon platt gemacht, oder? Tracks. Ich meine, wenn er nochmal angezeigt wird, würde ich ihn nochmal erledigen. Aber ich bin der Meinung, den haben wir schon erledigt. Zwinge Tracks, so. So, das wollen wir nochmal machen. Sehr gut. Ich glaube, für die brauche ich ja auch keine Magie einzusetzen. Die nehmen wir nochmal mit. Manche Dinge kann man sich echt sparen. Alter, was geht denn jetzt hier ab? Ich muss sagen, das sind doch alles so eine Dullis, ey. War eigentlich noch einen Punkt zu vergeben? Fertigkeiten. Zwei sogar. Zwei sogar. Okay. Ich bin bei Widerstand. Und dann würde ich den nochmal auf Stufe 2 Widerstand. Jawoll. Widerstand ist immer gut. Widerstand ist zwecklos. Geht's hier gleich lang. Klein Flinken hier mit ihren grünen Augen sind nicht zu unterschätzen. Die können auch Ärger machen. Die hätten ruhig mal eine Energiekugel droppen können. Okay. Mit den kleinen Streunern will ich mich gar nicht abgeben. Und hier hauen wir erstmal ab. Wollen wir gleich zu den ganz großen nach oben. Da ist er ja schon. Ich war der Meinung, der hinten war schon gesiegt. Oh, Gott. Oh, Gott. Das ging aber schnell. Als hätte er uns schnell in den Kopf gebissen oder so. Ich glaube, das Pennien muss ein bisschen bludem machen. Okay. 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 Du bist echt nervig. Und schwer. Mit so einem scheiß Feuer, ey. So, let's dance. Das war's für heute. Ja, komm schon. Okay, dafür hat er ein paar Energiekugeln gedroppt. Ja, den haben wir schon mal platt gemacht. Das ist der, warum ich den nochmal platt machen muss. Das war's für heute. 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 So, jetzt haben wir ihn. Stufe 20 sind wir auch angestiegen. Sehr gut. So. 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 Uns fehlt noch ein Erdziegel. Warum eigentlich? Das war's für heute. So. Den holen wir uns. So. 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 Jawohl. Sieht doch gut aus. Ist auch noch einer? Jo. So. Leere dich der Festung. Machen wir das nochmal. Vaguls Totems zerstören. Vaguls Totems zerstören. Dann schallt Leute, die haben was dagegen, dass das vor. Vaguls Totems zerstören. Jo. Nummer 1 haben wir. Und jetzt kommt gleich Nummer 2. Bye. Okay. 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 Das war's. Oh. Da werden einige ihr Leben hier aushauchen. Oh, der zweite. Mal gucken, was sie jetzt hier auffahren. Oh, der zweite. Oh, der zweite. Oh, der zweite. Oh, der hat aber gesessen. Sehr gut. Wargul-Champion. Wir zwingen den Wargul-Champion. Das machen wir doch. Da war ich auch der Meinung, ich hätte den Wargul-Champion schon besiegt. Aber okay. Kann er nicht schaden. Okay. 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 Ohne Hoffnung, dass das Energie gibt Okay Das war's. Jawohl, die Jagdmission abgeschlossen. Sehr gut. So, Mission abschließen. So, jetzt können wir das Ganze machen. Hier Wasser. Das schalten wir aber frei. Okay, müssen wir mit den Sanktum nochmal reden. Okay. Die Schwarzflut akzeptieren auf jeden Fall. Da bin ich ja mal gespannt, die Schwarzflut. Das ist bestimmt nicht einfacher hier. Ja, das Sanktum ist in manchen Punkten echt ein bisschen langsam. Jetzt könnten wir nochmal ein Schild werfen. Ah, da hinten ist noch eine Energiekugel. Jo, hab ich am Anfang ein bisschen gezögert. Wahrscheinlich auch gemerkt. Da muss ich nochmal überlegen, ob das jetzt hier alles richtig ist, was wir so machen. Ich hoffe ja, dass hier ein paar grüne Kugeln dabei sind. Da gibt's irgendwie nur Taler. Jetzt mal so ein bisschen aufladen. Wir gehen immer nur zum Hauptziel. Das ist mir angenehmer. Ja, das ist mir angenehmer. gut geblockt würde ich sagen ja gut so ein bisschen warten bis sich das auflädt ja dann können wir denen das sind drei stück müssen es sein nummer eins kann man schon mal platt machen und hier ist nummer drei musik ist aufgehen jawohl ach da oben ist doch einer ein bisschen warten bis das ganze auflädt schild ist gleich aufgeladen sieht man unten links an dem kreis das war ja mal eine einfache lösung hier sonst sind wir mal so versteckt und man sieht hier mal gar nicht weil der läuft aber wirklich über need for speed ihr das gefällt mir aber das genau mein ding jedes nächste so so oh er hat mich gelähmt sind hier auch noch nicht ok jetzt müssen wir mal gucken hier stand ja wieder eine kiste rum ich habe da eine kiste gesehen bin doch nicht blöd immer merkwürdig jetzt störe die geisterbindung ok habe ich keine kiste gesehen sondern nur die geisterbindung so suche nach der nächsten geisterbindung so 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 ja gibt mir sogar den weg vor wo die nächste ist sehr gut haben unser waffensystem ist jetzt auch nicht mehr umgestellt wir haben wahrscheinlich schon noch bessere waffen mittlerweile aber das soll uns erst mal egal sein hier laufen wir erstmal dran vorbei aber die wird geschützt so aber hier nicht die 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 schützen Verbindung, äh, Schützen. Los, gib mir Energie. Ah, das hätte auch nicht sein müssen. Na ja, wieder mit seinen Dosenöffner. Sehr gut. Wir müssen mal kurz warten, bis die, bis der Schild wieder aufgeladen ist. Ja, gleich geht's los. Kreis ist fast voll. Sehr gut. Kehre zum Mondtor zurück. Wir laufen auch dran vorbei, wir sparen uns die Energie. Okay. Okay. Schwarzflutvollstrecker. Ja. Ich hab's echt übel. Aber das habe ich bis jetzt über jeden Gegner gesagt. Irgendwie schaffen wir die ja immer wieder. Okay. Ich würde sagen, wo ist denn der Typ bei? Hier ist er. Alter, der hat mich in zwei Hälften gehauen. Ja genau, muss man den Schlag mitgeben. Okay. 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 Ja gut. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wieder abgehauen? Nee. Aber hat doch nicht viel übergelassen hier zu sammeln, ne? Oder nennt er sich Zwielicht? Moment her. Mal gut, dass die Wege hier schnell überbrückbar sind. We are ready to take on Lunara. Finally. Handlungsmission abgeschlossen, sehr schön. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück und schließen ab. Ja, ist schon geil. Sprechen wir nochmal mit dem Sanctum. Ich habe Bericht, Oren, über die Rheinten der Ascension. Gut. Du hast herausgestellt, wie zu verbrechen den Spellen. Genau. Jetzt, wenn wir nach Macros, wir wissen, wie zuhören. Gut gemacht, Sanctum. So, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Abonniert den Kanal, lasst mal einen Daumen nach oben da. Kommentiert, würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns in eines der nächsten Videos. Bis dahin.